Spürst du den Frieden in der Natur? Nee, ich weiß nicht, wo ich ihn spüren kann. Sag doch mal, ich mein! Ich mein, ich mein, ich mein, ich mein, ich mein, ich mein, ich mein ja nur, ich mein, ich meine nur, dass ich meine. Ich, ich mein, mein, meine, 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 ich, ich mein, mein, ich mein, ich meint, ich meine, der Frieden in der Natur, der muss nicht von mir gespürt werden. Ich mein, ich mein, ich zappel mein, ich mein, zappelt, ich mein, ich zappel mein, ich meint, mein ich zappelt. Ich mein, mein, ich zappelt, ich mein, ich mein, zapplich, 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 ich mein, ich zappel mit meinem Ich herum, ich mein, ich zappel, ich mein. Ja, 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 langsam, langsam, ja, manchmal mein ich, dass ich total beschränkt wahrnehme, gell, dass ich nur so ganz beschränkt wahrnehme. Und das muss man zu wenig, gell, weil, da ist dann die Idee da, ich müsste viel mehr wahrnehmen, gell, so. Kosmische Bühne voller Wahrnehmung, gell, dass du einfach viel mehr wahrnimmst als den persönlichen Standpunkt. Aber was sollst du machen, wenn du dich einfach da noch so wahrnimmst, wie einen kleinen, unbedeutenden Nichtwähler. Ja, das mit der Wahl, das funktioniert für mich nicht. Das funktioniert einfach nicht. Das kann ich mir mal eingestehen. Wieso sollte ich überhaupt irgendwen oder irgendwas wählen, gell? Das ist doch, das ist doch, das ist doch, dir gesagt worden, dass du wählen könntest, würdest, sollen, tütest. Vorgelebt ist dir das auch geworden und geglaubt hast du, als ich, auch schon daran. Doch nach genauerer Betrachtung funktioniert das nicht mit dem Wählen. Manchmal schon, manchmal nicht, aber sobald es einmal nicht funktioniert hat, ist kein Verlass drauf. Also, go with the flow and better be the flow that goes you into and out of and everything. Everything appears as whatever. It's just what it is, what it cannot not be. Also, dich selbst als ein Wahrnehmend wahrzunehmen, der sich entscheiden könnte zwischen diesem und jenen, ist ja nur eine Wahrnehmung und nicht die Wahrheit und nicht die Wirklichkeit. Denn, wer ist denn davon abhängig von der Wahl? Wer ist denn davon abhängig, ob was jetzt richtig oder falsch ist, angenehm oder unangenehm, gell? It's in energy, flowing. Das ist die Shakti, die Shakti, die Lebensenergie, die bewegt alles. Da kommt nichts aus und alles gehört dazu. Der ganze Schmarrn und der ganze sexy Sex auch noch. Und der Nichtsex und überhaupt. Und wenn du denkst, du musst in die Richtung gehen, wo du mehr Eros und mehr Sinnlichkeit hast, oder in die Richtung, wo du denkst, du hast mehr Sex und mehr sexuelle Befriedigung, wo du musst in die Richtung gehen, wo du glaubst, du musst mehr Geld haben und mehr Erfolg, dann mach das. Und wenn du glaubst, du musst da hingehen, in die Askese, wo du nix mehr denkst, du brauchst nix mehr, du hast nix mehr und bist immer noch davon abhängig, dass du denkst, dass du nix mehr hast, ja mach doch! Da ist keiner da, der dich aufhalten kann! Das sind doch nur die Gedanken von den anderen, von denen du glaubst, die bin ich nicht, die dich vielleicht aufhalten würden, das nicht zu tun, was du so am liebsten gern machen willst. Aber dann brauchst du halt einen Computer und dann musst du dich wieder entscheiden. Was für ein Computer ist jetzt mein Bedürfnis angemessen? Na mei, schau dir um. Irgendwann fällt die Entscheidung ganz von selbst. Ich mein ja nur... Ich mein, ich mein, ich mein, mein, mei, 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 Und sie kann so eher das Sinnlichkeit... Aber nicht verwechseln mit Sexualität. Das ist vielleicht... ähnlich, doch nicht so fokussiert. Die Sinnlichkeit ist nicht so fokussiert wie die Sexualität. Können wir mal behaupten? Ja und? Ja, das sollt fokussiert sein. Nein, ich bin ja so unweit nicht fortgeschritten, dass ich gar nicht mehr weiß. Wer ist der Opfer, wer ist der Täter, ist das Opfer der Täter und der Täter das Opfer, gehören beide zusammen, ohne den einen kommt das andere nicht. Es sind die Reichen, die Armen und die Armen, die Reichen, sind die, die was haben, die Verlierer und die, die nichts haben, die Gewinner, die, die was wissen, die wissen nichts und die, die nichts wissen, denen steht alles Wissen zur Verfügung, die, die es gibt, die gibt es gar nicht und das, was es nicht gibt, das ist alles, was es überhaupt gibt. Wer weiß da noch Bescheid und vor allem, ich weiß gar nicht mehr, ob es jemand braucht, der Bescheid wissen muss, weil, ob jetzt Wissen da ist oder nicht, ob es funktioniert oder nicht, ja, aber man muss sich ja an was halten, ja, man muss sich ja an was halten, damit man wer sein kann. Darum hält man sich an sich selbst, in einer festen, selbstverliebten Selbstumarmung und sagt so, ja, ich, ich halte mich an mich selbst, weil sonst, äh, ja, ich ja gar nicht da als irgendwer. Ja, dann wird es mich gar gar nicht geben. Also jeder muss das Leben so einzigartig, spielerisch oder verkrampft, funktionabel oder nicht funktionabel erleben, wie er es empfindet. Das ist der Wahnsinn, gell? Da ist das Empfindungsvermögen, schon wachst auf in der Früh und schon empfindest du ein ganzer Haufen von Informationen, vielleicht Erinnerungen, das dich gestern auch schon gegeben hat, in derselben Form. Da denkst du, du hast eine Kontinuität von deinem Lebensfilm und da schaust du vielleicht, und am Moment, da weißt du gar nichts, schaust du nur und die Geschichte ist vergessen. Und im nächsten Moment schaust du auf was anderes und dann kommt deine Geschichte wieder rein und da erinnerst du dich und da denkst du, naja, vielleicht müsste ich mich auch ein bisschen entwickeln oder bräuchst du wieder jemanden, den ich noch stärker lieben kann, damit ich das Gefühl von verliebt sein mal wieder so richtig spüre. Oder ich will jetzt mal Autobiografie schreiben, was mir schon alles passiert ist, weil früher da hatte ich wenig von dem und jetzt habe ich viel von dem und von dem anderen wieder wenig. Und dann habe ich gesagt, ja, es ist eine körperliche Erfahrung. Es ist eine körperliche Erfahrung, also total körperlich. Und der Geist, der ist der totale Lashi, weil ohne Körper kann der Geist nicht einmal aufs Klo gehen, weißt? Und er will ja auch gar nicht mehr essen, weil er wieder Lichtnahrung, Lichtnahrung reinhaut, damit er nicht mehr scheiden muss, damit er den ganzen Schmutz und die Kacke los hat. Ja, ach, das wäre doch alles so einfach. Es wäre doch so einfach, wenn man sich selber nicht immer im Weg stehen würde und immer wollen würde, dass es anders ist, als wie es ist. Ja, dann wäre das einfach, wenn das einfach so sein könnte, wie es ist und sich alles verändern darf, wie es sich verändert und das, was sich langsam verändert, langsam verändert, was sich schnell und die Veränderung einfach nur die Würze ist, damit die Suppe besser schmeckt. Diese Uhr-Suppe, in der die Uhren schwimmen und die Uhren schmecken ja eigentlich nach nichts, weil die machen immer nur Bim-Bom-Bim und dann kommt wieder einer und sagt, ja, die Zeit, die gibt es ja gar nicht, aber ich habe ja mal was davon gehört, dass sie gibt und dann muss ich sie negieren, damit es ist auch das Gegenteil, Zeit nicht Zeit. Auch das, Engel, ich habe gerade gemerkt, das ist ja richtig schrecklich, wie ich rumschrei. So ein Quatsch, so ein schöner Quatsch. Es hat halt Spaß gemacht. So ein Selbstausdruck, wenn man sich über sich selbst lustig machen kann, weil sonst hat man ja nichts zum Lachen, wenn man nicht über sich selbst selber lachen kann. Dann ist man ja echt traurig dran. Und dann sagt man, tanz mit mir, Leben, tanz mich durch, lass mich doch, lass mich doch tanzen. Ist ja alles, was ich will, tanzen und Musik machen und dann wieder nichts machen. Und dann, ich weiß genau, dann kommt da wieder der Moment, und da fühle ich mich so, als würde ich mit dem Kopf gegen die Wand rennen. Und es brennt dann am Schädel und ich sitze dort und sage, Oh Mann, oh Mann, ich habe mich in meinem Selbstgefängnis eingesperrt. Wie komme ich da bloß raus? Und dann sagt er, ja, Mann, Mann, oh Mann, leg dich hin, schlafe nach drüber. Morgen... Fissi, bleibst du da? So, genug Video gemacht.